hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von minecraft let's play und wo sind wir denn jetzt gelandet fragt man sich bestimmt neue insel neues glück wir haben jetzt eine neue location hier gefunden und ich hoffe dass hier alles texture mäßig auch hier dann wird noch generiert ich muss es mal die stärke leiser stellen so ja als erstes fällen natürlich hier im baum um wieder mal reinzukommen ja ich war nicht ganz zufrieden mit der anderen welt ich habe die gelöscht das ist das war ein trauriger abschied vor allem mit das was wir alles in 100 folgen geschafft haben mit dem tunnel mit dem tor mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem bauernhofshaus mit dem party aus damit den sommer sitz mit dem lagerhaus da und sonst noch so viel und was wir da alles noch so gemacht haben mit dem mien schacht auch und das haben jetzt alles hinter uns gelassen und jetzt müssen wir leider neu anfangen weil der grund es gibt hier ein paar gründe dazu und zwar diamanten sporn hatte sporn rate war zu hoch eingestellt ich habe random eingestellt es war zu hoch jetzt wird schwieriger es gab kein lapis lazuli es gibt es gab kein lapis lazuli auf der insel überhaupt nicht egal wie sehr ich gesucht habe auf screen ein weiterer grund ist auch das biome weit und breit birke mehr nicht es gab es gibt nur birke nur birke das ist doch schlimm guck mal jetzt haben wir hier schwarzeiche das erste mal im let's play schwarzeiche ist doch scheiße ist doch vollkommen scheiße okay und wir hatten natürlich was hatten wir noch was hat mir noch was soll ich sagen lügen wir hatten smaragde hatten wir auch überhaupt nicht immer smaragde stürme nicht so sehr also es ist mir relativ egal und ich merke auch langsam dass ich hier langsamer bin mit dem abbauen deshalb müssen wir langsam eine gleiche axt kraften wenn wir den baum fertig haben und dann geht das ja auch schon dann rasieren wir ja alles ab das kann ich sagen so inventar habe ich schon gemacht das achievement und diese welt hier soll dann tatsächlich für die immer bleiben die soll jetzt für immer bleiben diese egal diese eine welt und hoffentlich bin ich mit dieser welt dann auch zufrieden wie sie dann auch am ende aussieht und so ist ja auch immer so eine sache so diese vier stück noch und dann sind wir da oben fertig hoffe ich mal und ja ich habe es natürlich mitbekommen das ist ein seforrest let's play von gronk und sarah zu geben ich finde es ziemlich lustig muss ich schon sagen und ich finde es interessant was ich in dem wie sich alles in dem spiel geändert hat das hat sich so viel geändert seitdem ich nicht mehr spiele so viel ich habe ich habe das spiel natürlich immer noch weil ich habe das seit zwei drei monaten nicht mehr gespielt wirklich überhaupt nicht mehr gespielt und die spielstand ist immer noch gleich weil ich weiß und die version habe ich auch noch nicht erneuert und es ist so viel dazu gekommen in dem spielen ich habe jetzt ich hatte eigentlich lusten let's play zu machen weiterhin aber es würde dann sollte dann grafisch besser aussehen und so weiter und so vor ist ja bisher bescheid hoffe ich doch so das löst sich jetzt hier in luft auf und wir haben hier schon direkten pilz das ist geil das richtig geil und ich mache einfach mal hier richtiges holz da mache ich hier einmal dieses holz nein da kommt schon so das kommt dann und dann haben wir schon fortgeschrittenes handwerk super da machen wir mal stickies als erstes das hier zweites das und glück auf entstiefen und das hier kommt auch noch mal womit das hier auch noch mal und haben wir hier können wir noch mal ein schwert machen von mir aus so damit haben wir tools ein paar tools hier so und dann machen wir mal diesen pilz hier weg bisschen freiraum sollten wir natürlich auch haben selbstverständlich und es ist natürlich jetzt folge 101 das heißt das heißt das heißt beginn einer neuen staffel und zwar staffel 1 ist das davor kam die staffel 0 also das normale lp um staffel 1 staffel 2 staffel 3 100 200 300 folgen so ist es dann aufgeteilt und ich bin gespannt wie das hier wird so haben wir ein paar 15 pilze super und da hinten haben wir die kuh brauchen wir zum überleben so da bin ich wieder ist schon die erste nacht angebrochen dann haben wir die kuh lecker sehr lecker so nächste kuh nächste kuh wo ist die da hallo hallo ja ist ja gut jetzt erfolg schubser ok dann fällen wir noch mal weitere bäume ich nehme zuerst den hier so ok dauert ein bisschen dann haben wir das auch den baum nehmen uns gleich vor als erstes land mir das hier wieder ein und hier haben unsere werkbank können wir schon mal eine truhe machen eine truhe für den anfang da rein das kommt alles rein und dann würde ich sagen kam uns mit der spitzhacke mal runter in die erste schlucht hoch wie viel erde hier den ersten stein bekommen wir hier und mal gucken ob wir auch schon auf eisen kohle oder so was stoßen ich weiß ja nicht mal gucken so das hat jetzt nicht gut geklappt ah diorit diorit brauchen aber jetzt nicht machen wir vielleicht mal gleich ein bogen drumherum so oh oh mist was haben wir denn da ähm toll toll super schaue ich mir nachher an geht es da auch so runter ja aber hier meine kleinen boden hin und hier kann man wieder stehen super ja ja mal gucken wie weit wir jetzt kommen vielleicht kommen wir auch sogar zum grundstein aber mit der spitzhacke die hält nicht mehr lange die hält nicht mehr lange die ist gleich kaputt das sehe ich jetzt schon die ist kaputt und jetzt müssen wir wieder nach oben uns am besten eine steinspitzhacke machen ja ist ja nicht so weit so das ist jetzt so ein ofen heiße angelegenheit so heiß finde ich es jetzt aber nicht so ähm nehmen wir mal ein bisschen holz zum braten und das fleisch zum braten so haben wir sogar ein bisschen licht hier die monster ja können wir auf einfach machen mit ihr wenigstens ein bisschen konkurrenz spawnt da hinten zum beispiel ja so müssen wir mal gucken haben wir noch holz ja können wir uns sticks machen können wir uns eine steinspitzhacke machen erfolg erzielt technischer fortschritt und eine axt und dann würde ich sagen fällen wir mal den nächsten baum hoch jetzt geht's so das wird hier ein bisschen länger dauern mit der axt aber mit der nächsten axt geht das dann auch das dauert ich lange mit der axt die letzten folgen mit der die axt ging ja viel schneller ich höre da was hallo wir haben da schon kommt da rechts rum kommt da rechts links überraschung ja süß so monsterjäger schon wieder ein erfolg mensch bin ich gut ich bin der beste spieler auf der ganzen welt glaube ich weiß nicht so ja ja das hier kommt erstmal weg so und dann haben wir den baum auch erstmal fertig so 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 so